Hey Freunde, wir müssen leise sein. Heute werden wir als Renegade Raider stream snipen. Seid ihr bereit auf die komplette Eskalation? Dann bleibt unbedingt dran. Es wird zu wild. Leute, was geht ab? Wir machen heute wieder einen kranken Skin Contest. Und Leute, was haben wir denn hier direkt für einen Skin? Wir haben einfach einen Renegade Raider. Da könnte ich schon wieder hier... Hier, da machen wir eine von meinen Brillen hier mal kaputt, Alter. Wir haben hier einfach einen Renegade Raider. Finde ich mega klasse. Das ist auch eigentlich der einzige Grund, wieso ich immer so oft Skin Contest mache. Weil ich immer so geile OG Skin sehen will. Ich persönlich feiere den Skin mega. Ich glaube, das wird ein Mega Contest. Wir sind gerade beim Thema Strand. Ich habe den heftigsten Skin. OG Backpack, OG Spitzhacke, den Renegade Raider. Die müssen mich doch weiterlassen. Und ich als Stream Snipe König werde, die dann alle Hubs nehmen mit der Railgun. Freunde, lasst unbedingt ein Like und ein Abo da. Und Creator Code Denex, falls ihr mich unterstützen möchtet. Und dann, lasst uns diese wilde Folge beginnen. Ich würde sagen, bevor wir die Skills bewerten, ich muss mir hier nochmal eine dritte Brille aufsetzen. Weil bei mir in Hamburg ist es normal. Da trägt man das so. Und ich kann damit auch ein bisschen besser bewerten, weil ich so einen besseren Überblick habe. Deswegen, ich würde sagen, jetzt können wir mal anfangen. Jeder macht mal einen Tanz. Hier sind echt ein paar nice Tänzer am Start. Was haben wir hier? Der Aura sieht sehr, sehr schön aus. Oh mein Gott! Er macht den OG-Tanz! Ich wusste es doch! Der Typ ist mehr OG als die alle zusammen. Also an sich hat er schon gewonnen. Aber wir sind mal fair, Freunde. Wir bewerten mal hier nochmal. Ich bin ehrlich, Basketball, Bro, hat mit dem Skin aber nichts zu tun. Deswegen musst du einmal raus. Aber ihr seid alle schon mal in der ersten Runde weiter. Dieser Tanz, Oli Mauli! Ich schlag dir ja fast alle ins Gesicht, so geil ist der Tanz. Gleich müssen wir direkt schon mal anfangen zu Stream snipen. Okay, Bro, jetzt will ich mal ein bisschen hier auf die Details achten. Also, ey! Wer hat hier gekillt? Bro, Bro, wer hat hier gekillt? Wer hat hier gekillt, Leute? Hört bitte auf, bitte auf. Alle einfach in der Reihe sein. Wir bewerten einfach weiter, okay, Bro. Also, deine Details hier gefallen mir sehr schön. Sehr gute Details, Bruder. Sehr gute Sprünge hast du es. Bro! Nein, das war der Renegade. Bro, gehst du etwa Leute oder was? Was soll das? Ey, Bro, der Skin ist halt so ultra nice. Ich geb ihr noch mal ne Chance, Bro. Du kannst hier einfach stehen bleiben. Aber bitte jetzt einfach an die Regeln halten. Weil ich will hier die Skins in Ruhe bewerten. Ey! Was soll das? Bro, bleib mal ganz ruhig, Bro. Bleib mal ganz ruhig. Was? 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 Oh! OG No-Skin, was soll das, Digga? Ich dachte, du wärst korrekt. Digga, ich dachte, er wär korrekt. Was ist das denn? Bro, ich fand... Digga, jetzt hab ich meine ganzen Brillen hier weggeschmissen. Freunde, habt ihr das gerade gesehen? Holy moly, wie ich ihn hops genommen habe, ey. Das hat wieder richtig viel Spaß gemacht. Wir sehen uns in der dritten... Nein, in der zweiten Runde. Let's go! Pssst, Freunde. Wir sind jetzt in der zweiten Runde, ey. Und schaut mal. Ich hab einfach den pinken Uchi Skull Trooper. Ey, ich bin mega gespannt, ob er mich diesmal weiterlassen wird. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid alle schon mal in der Reihe. Sehr geile Skins! Oh mein Gott, OG! Leute, wir haben wieder einen OG-Skin am Start. Ich weiß... Ich fass es nicht. Der Renegade Raider ist ja komplett der 31er. Den werde ich auf jeden Fall holen, wenn der hier kommt. Aber wir machen uns mal... Diesmal mal was anderes. Jeder macht mal einen Sticker erstmal hier in der ersten Runde. Ey, Leute, wisst ihr, was mir erstmal hier auffällt, Bro? Du bist übelst der Faker, Bro, von diesem mega geilen Sky Trooper. Deswegen, Bro, weil du einfach so einen Lappen bist und gar nicht den OG-Skin hast, rennst du jetzt hier einmal um den Krater. Verstanden? Sonst hole ich dich. Bisschen schneller, bitte. Hier, komm, renn mal. Renn um den Krater, habe ich gesagt. So, jetzt renn. Ey, ey! Der hat ihn jetzt einfach laufen lassen. Der soll halt um den ganzen Krater laufen. Was ist das? Der tut mir da hinten voll leid. Ey, Leute! Falls ihr es noch nicht wusstet, wenn dieser weiße Skin hier gleich einmal um den Krater geraten ist, ich werde ihn einfach holen, Alter. Weil, Digga, ich kann solche Schmutz-Fake-OGs nicht ab, Alter. Weil ich finde einfach, es gibt hier richtig geile OG-Skins. Und dann gibt es irgendwelche scheiß Faker, die mir richtig auf den Sack gehen. Dann muss ich langsam anfangen, hier den Skin-Kartest kaputt zu machen. So, natürlich muss ich auf einen guten Augenblick warten, wo er nicht schaut. Aber dann, holy moly, kriegt er seine Rache. Ey, ey, ey! Chill, 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 chill. Bro, was ist los bei dir? Warum machen die OG-Skins immer so faxen? Jungs, ihr seid zwar geil, aber ihr seid jetzt nicht so... Ihr seid schon heftig. Okay, ihr seid heftig. Aber bitte spitzhackt hier nicht die anderen. Was machst du hier, Bro? Ey, was? Wer hat ihn geholt, Digga? Ich habe es nicht gesehen. Oh mein Gott, ich habe ihn einfach jetzt geholt. Ey, auf ganz sneaky. Ey, ich muss mir jetzt irgendwas überlegen. Ey, ich habe keine Lust mehr, hier in diesem Skin-Kontest weiter zu machen. Wo ist eigentlich der Skrill-Trooper? Ey, ich glaube, der ist einfach in der Ewigkeit verschwunden. Jawohl, Meister. Darauf würde ich mal sagen. Upsala. Ey, was ist... Was ist los bei dir? Digga, Bro. Bro, nein, nein, nein. Sieben HP, sieben HP, Leute. Drei Munition. Das ist geil, ich habe auch keine... Dreiß, Digga. Drei Munition, das muss ich schaffen. Ja! Schlaß! Ey, sag mal! Mann! Ich kann nicht mehr. Ich fack nur noch ab. Die OG-Skins verraten mich nur. Die holen mich jede Runde. Was soll das denn? Ich habe euch doch immer respektiert, OG-Skins. Oh mein Gott, jetzt bin ich vorbereitet. Wir werden gleich mit unseren Galaxy-Skins-Stream snipen. Diesmal bin ich nicht in der Runde dabei. Denn ich will wieder hier mit meinem Lieblingsfreund, der Sniper, Spaß haben. Freunde, let's go! Bro, diese ganzen OG-Skins machen mich langsam fame. Die Zuschauer steigen auch mega, weil einfach so viele OG-Skins immer hier am Start sind. Ich weiß auch gerade gar nicht, was los ist. Wir hatten einfach hier zwei mega kranke OG-Skins hintereinander. Aber jetzt haben wir mal keinen OG-Skin. Finde ich ein bisschen schade. Aber egal, Leute. Wir bewerten trotzdem die Skins. Oh mein Gott, Freunde, langsam kommt die Lava. Freunde, ey, gleich kommt die Lava. Ich muss jetzt relativ schnell sein und die nacheinander ausschalten. Bro, da oben oder von wo kam das, Leute? Zeigt mal bitte in die Richtung. Kann ich bitte nochmal jemanden reviven, bitte schnell. Jemand muss den Skin einmal bitte reviven, weil... Bro... Ey! Ey, wir dancen alle. Bro, was soll das? Was soll das, Digger? Von wo kam das, Leute? Von wo? Hä? Ich hab die jetzt schon mal gut abgelenkt. Jetzt ändern wir mal ganz kurz die Position. Und dann werden wir von hier aus gleich Stream-Sniperen. Wow, ich bin so ein guter Stream-Sniper. Let's go! Okay, Freunde, alles gut. Wir machen ganz normal weiter. Alle in die... Ey! Ey, Bro! Da oben! Ich hab ihn doch gesehen! Ey, was soll man mit die... Bro, dieser OG-Skin dort. Er macht nur Faxen, dieser Galaxy-Skin. Wie ich die hier nacheinander ausschalte, ey! Das ist ja schon mies! Ey, Bruder, er hat schon wieder jemanden gekillt. Jetzt hol ich dich, Digger, du Übeltäter. Komm her, ich geb dir den Haken. Wo bist du? Lava, ich brauch dich. Die sind da vorne. Oh mein Gott. Bitte kommen die hier nicht rein, ey. So, bitte. Ich muss hoffen, dass die Lava so schnell wie möglich kommt und mich rettet. Alle in die Reihe und jeder bitte einen Tanz machen. Jeder macht mal einen coolen... Bro! Digger, der Typ kann's auch nicht lassen, Digger. Checkst du nicht, wann Schluss ist? Ich hab dich gesehen da hinter dem Busch. Ja, Bro, 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 Bro. Er hat ne Spaß, er hat ne Spaß. Da bin ich lieber vorsichtig. Freunde, ganz schnell, alle nach da. Ganz schnell. Ey, ich flieg schnell mit Jetpack zu euch. Wir beenden schnell den Contest, damit wir wenigstens hier einen Gewinner haben. So, alle jetzt schnell bitte in die Reihe. Ey, die Lava, nein. Nein, Leute, nein. Die Lava kommt, die Lava kommt, mein Retter. Jetzt wird's alles viel einfacher. Das ist gar nicht gut, Digger. Ihr baut mit Holz, seid ihr verrückt? Oh mein Gott, Digger, es sind so viele down schon wieder, ne? Wie ein richtiger Streetsniper muss ich mich hier irgendwie jetzt rumschleichen? Oh mein Gott, ich muss mir jetzt irgendeine geile Idee überlegen, wie ich das Ganze hier ein bisschen zur Katastrophe bringe. Wir müssen auf jeden Fall uns was Geiles überlegen. Let's go. Jeder von euch macht mal ein Graffiti bitte an die Wand hier. Okay, Freunde, ich würd sagen, wir überraschen ihn. Ey, Leute, irgendwie, ich hab ein richtig mieses Gefühl gerade. Eine Frage, Recon Expert, stimmt irgendwas nicht? Nickt mal bitte, wenn irgendwas nicht stimmt. Nickt dann mal bitte. Okay, Bro. Was? Okay. Ah! Ah! Ja, OG-Scan! Ich wusste es! Ich wusste es! Dass er wieder Streamsnipe! Bruder! Yeah! Yes! Reicht's mir? Ich hab die Brille in zwei geteilt. Freunde, das war wieder mal eine legendäre Folge. Falls es euch gefallen hat, dann checkt doch auch gerne mal den Shady ab und lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer DMX. Haut rein!